Schauen wir uns an, wie du in drei einfachen Schritten zum erfolgreichen E-Lerner wirst. Schritt 1. Mach es dir zur Gewohnheit. Wie oft und wie lange solltest du lernen? Erinnern wir uns an die Schulzeit. Da haben wir oft panisch in der Nacht vor einem Test viele Stunden am Stück gelernt. Den Test haben wir dadurch zwar bestanden, aber das Gelernte nicht lange im Gedächtnis behalten. Das haben Forscher sogar wissenschaftlich belegt. Ärzte, die eine chirurgische Methode in vier Stunden Workshops lernten, schnitten schlechter ab als ihre Kollegen, die über vier Wochen jeweils eine Stunde lernten. Wir sprechen von Spaced Repetition oder verteilter Wiederholung. Verteilte Wiederholung funktioniert, weil man gezwungen ist, sich aktiv an das zuvor Gelernte zu erinnern. Dadurch lässt es sich besser im Gedächtnis verankern. Effektives Lernen braucht also Anstrengung, aber nicht viel Zeit am Stück. Beginne damit, dir jede Woche 15 Minuten im Kalender dafür freizuhalten. Schritt 2. Bring dich in die richtige Stimmung Jetzt, da du Zeit zum Lernen hast, braucht es nur noch die richtige Stimmung. Und wir sprechen hier nicht von Tee, Kuscheldecke und Couch. Unser menschliches Gehirn braucht ein gewisses Maß an Stress zum Lernen. Bereits 1908 wurde das in einem Ratten-Experiment bewiesen und ist seitdem als Jörg-Stotzen-Gesetz bekannt. Ist unser Erregungszustand niedrig, werden wir unaufmerksam. Ist er zu hoch, bekommen wir Panik. Nur in einem mittleren Erregungszustand können wir Höchstleistungen erbringen. Mach es dir also nicht zu gemütlich. Setze dir selbst Deadlines oder finde einen Lernpartner, der dich fordert und motiviert. Schritt 3. Lerne in Sinneinheiten Wusstest du, dass dein Kurzzeitgedächtnis nur eine begrenzte Anzahl an Informationen auf einmal verarbeiten kann? Kannst du dir deine Kreditkartennummer am Stück aufsagen. Ziemlich schwierig, oder? Aber wenn du die Nummern zu größeren Zahlen zusammenfasst, kannst du sie leichter wieder abrufen, weil du dir weniger merken musst. Dieser Prozess nennt sich Junking. Konzentriere dich beim Lernen auf kleine Sinneinheiten, um mentaler Überlastung vorzubeugen. Aus genau diesem Grund sind unsere Lektionen kurz und knackig. Also, mach dich bereit, setz dich hin und fange an zu lernen. Mit Masterplan.